Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo dabei seid. Heute geht es um das Thema, das wir in der letzten Woche bereits behandelt hatten. Betrugsmaschen mit dem Coronavirus. Covid-19 als Betrugsvorband. Weitere Beratungen in Bezug auf Betrug findet ihr auf der Webseite www.polizei-beratung.de Betrugsmascheninfos gibt es hier jede Menge und ihr könnt einfach selbst nachlesen. Die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes zeigen eine Übersicht über die bisherigen Maschen, mit denen Täter versuchen, die Corona-Pandemie für ihre Zwecke auszunutzen. Neben Betrug am Telefon, an der Haustür oder im Internet gibt es auch weiterführende offizielle Links über weitere seriöse Informationen zur Corona-Pandemie. Diese Informationen findet ihr auf www.polizei-beratung.de Betrug an der Haustür mit Covid-19-Tests. Die Täter klingeln unangemeldet bei ihren Opfern. Sie haben das Ziel, in die Wohnung zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Betrüger geben sich unter anderem auch als Handwerker, Polizisten, Mitarbeiter der Stadtwerke oder als Hilfebedürftige aus. Es gibt auch die Variante, dass sich Kriminelle am Telefon als Ärzte ausgeben und behaupten, dass man unter Verdacht stehe, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Eine Person müsse jetzt vorbeikommen und einen Test durchführen. Danach werden ca. 200 Euro verlangt. Unbedingt diese Hinweise beachten. Ein Corona-Test muss angefordert werden. Erst dann kommt auf Anforderungen des behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamts eine entsprechende Person vorbei und testet euch. Besondere Aufmerksamkeit bei unbekannten Personen an der Haustür. Also das heißt, wenn die Personen völlig unangemeldet bei euch geklingelt haben. Grundsätzlich Vorsicht vor Personen, die Corona-Tests durchführen wollen. Telefongespräche bei Aufforderungen zu kostenpflichtigen Tests abbrechen. Und entsprechend Kontakt zum Hausarzt oder dem Gesundheitsamt aufnehmen. Bei Verdacht direkt die Polizei informieren. Habt ihr einen Türspion, dann nutzt diesen auf jeden Fall. Im besseren Fall habt ihr vielleicht sogar noch eine Kamera an der Haustürklingel und lasst erst gar nicht fremde Personen rein. Grundsätzlich kein Geld an Personen übergeben, die sich als Tester ausgeben. Durch Drohungen nicht erschüttern lassen, einfach die Tür wieder zuschmeißen. Niemals fremde Personen in die Wohnungen lassen. Das ist, denke ich mal, soweit ganz klar. Außer ihr vertraut eben dieser Person oder es ist angekündigt. Und grundsätzlich gilt, Vorfälle dieser Art unbedingt der nächstgelegenen Polizeidienststelle melden. Auch gilt Vorsicht bei finanzieller Corona-Soforthilfe. Derzeit versuchen Betrüger über gefälschte Internetseiten verlockende finanzielle Angebote, hohe Summen, schnelle Auszahlung, keine Rückzahlung, personengebundene Daten zu erlangen. Betroffene können diejenigen sein, die sich für das Soforthilfeprogramm der Bundesregierung interessieren. Im Rahmen ihrer Internetsuche gelangen sie möglicherweise auf gefälschte Internetportale. Tipps zum Schutz, Antragstellungen bei Soforthilfe ausschließlich über die Internetseiten von offiziellen Landesstellen beziehen. Bei Internetseiten auf das Impressum und Datenschutzerklärung achten. Bei Fake-Seiten fehlen die Angaben oder es werden Auslandsadressen angegeben. Hier ist der Schutz relativ sicher und es betrifft auch vielleicht gar nicht mal so viele, aber grundsätzlich ist die Information schon mal nicht verkehrt, wenn man sie hat. Vorsicht bei Hilfsangeboten durch Fremde. Nicht alle Menschen, die euch helfen und Unterstützung anbieten, sind auch vertrauenswürdig. Gerade ältere, alleinstehende Menschen werden immer wieder Opfer von Betrüger an der Haustür. Beachtet dabei folgende Tipps. Niemals Fremde in die Wohnung lassen, das ist ganz klar. Besondere Aufmerksamkeit und Misstrauen bei Hilfsangeboten von Fremden, denn fremde Leute klingeln nicht bei euch und möchten euch einfach so helfen. Einkäufe oder zum Beispiel auch Geldüberweisungen von vertrauten Personen durchführen lassen und niemals an Fremde die Daten abgeben. Organisierte Hilfe nutzen, zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz. Also ganz banal gesagt, seid ihr gerade in Quarantäne und komplett allein, keine Freunde, keine Familie, das kommt ja alles mal vor. Ihr könnt direkt beim Deutschen Roten Kreuz anrufen. Dort gibt es Menschen, die Hilfe vereinlassen können und man für euch zum Beispiel eben auch einkaufen geht. Das heißt, es gibt immer Mittel und Wege und muss nicht auf Betrüger an der Haustür hereinfallen. Haustür nur eröffnen, wenn auch Termine vereinbart wurden. Steht denn jemand Fremdes an der Tür und klingelt völlig unangemeldet? Die meisten von euch haben eine Gegensprechanlage? Nutzt diese. Ruft nicht aus dem Fenster, so wie es manche andere tun, dann weiß man direkt, dass ihr zu Hause seid. Über eine Gegensprechanlage ist das nicht immer der Fall, dass man auch zu Hause sitzt. Immer vergewissern, wer vor der Tür steht. Durchs Fenster schauen oder eben, wie gesagt, die Gegensprechanlage nutzen, falls ihr eine Kamera habt, den Türspion. Und wenn ihr euch nicht sicher seid und möchtet doch die Tür öffnen oder müsst sie öffnen, dann sollte so eine Sperrvorrichtung an der Tür vorhanden sein. Also diese Kette, die man kennt. Bei Verunsicherung grundsätzlich am besten die Nachbarn informieren und hier zur Rate ziehen und definitiv in jedem Fall sofort bei verdächtigem Verhalten die Polizei anrufen. Unter der 110 ist dies für jeden möglich und kostet nichts. Und ich habe noch einen Beitrag für euch gefunden. Betrüger nutzen die Corona-Krise. Betrüger betreiben gefälschte Internet-Shops, geben sich als Covid-19-Tester, als Amtspersonen oder infizierte Verwandte aus, um an euer Geld oder eure Wertsachen zu gelangen. Mit diesen Empfehlungen könnt ihr euch vor diesen Betrugsmaschen schützen. Personen, die sich als Mitarbeiter einer Behörde oder einer Institution ausgeben, sollten bei offiziellen Stellen überprüft werden. Besonders bei Aufforderungen zu kostenpflichtigen Covid-19-Tests. Keine persönlichen Daten von euch an Dritte übergeben, ohne dass man sich selbst versichert hat, dass man hier bei der richtigen Stelle gelandet ist. Online-Angebote genau prüfen, Vorsicht bei Fake-Shops, gefälschte oder minderwertige Produkte zu Wucherpreisen. Hier kann jederzeit Müll nach Hause geliefert werden oder man hat Geld überwiesen für zum Beispiel Masken und hat diese einfach nie erhalten. Telefonisch kontaktiert zu Angehörigen, Verwandten, Nachbarn und nachstehenden Vertrauenspersonen. Also immer alle informieren, wenn ihr solche Verdachtsfälle gefunden habt, damit nicht noch irgendjemand aus der Familie dort auch noch einkauft. Informationsquellen sollten offizielle Seiten darstellen, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut. Gemeindeverwaltungen, Gesundheitsämter oder Bundesministerien, auf diesen Seiten sollte man sich informieren und nicht auf irgendwelchen anderen Seiten, die eben so rumfliegen. Natürlich kann man sich auch immer anhören, was auf anderen Seiten so von sich gegeben wird. Allerdings sollte man hier immer abwägen, denn der Betrug lauert im Internet überall. Grundsätzlich gilt, ihr müsst euch informieren. Wenn jemand an der Haustür steht, dann wird er auch die Zeit mitgebracht haben, dass ihr seine Angaben, die ihr über die Gegensprechanlage zum Beispiel oder durch die verschlossene Tür von dieser Person bekommen habt, ja, dann müsstet ihr genug Zeit haben, damit ihr dann an der entsprechenden Stelle anrufen und nachfragen könnt, ob das Ganze stimmt. Lasst euch dabei keine Telefonnummer geben, sondern sucht selbst danach. Im Telefonbuch oder auch im Internet findet man die Telefonnummern zu den Ämtern und Behörden aus eurer Region. Jede Polizeidienststelle zum Beispiel hat auch eine ganz normale Festnetznummer und muss nicht direkt immer unter der 110 direkt angerufen werden. Die Dienststelle um die Ecke kann auch erreicht werden. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine dieser Maschen hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Und umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden auf diese Maschen hereinfallen und eben auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf sowas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne jetzt noch auf das letzte Video oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.